Was ist kreativ? Etwas, was dir durch den Kopf schießt als interessant erkennen. Man kann Kreativität nicht erzwingen. So entsteht keine Kunst. Man kann nicht auf Befehle arbeiten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay. Und dann, wir müssen alle diese, mit einem solchen Mechanismus, um die Tenente zu stellen, und dann mit den beiden Seiten platen. Das ist gut. Das ist okay. Ja, das ist okay. Ja, ja. Okay, das ist eine Variation in der Glaze. Ja, okay.